Dieses zum Kauf angebotene Objekt befindet sich in Duisburg. 1950 wurde dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Ladengeschäft verfügt über einen Keller sowie einen Parkplatz. Auf einer Gesamtfläche von ca. 3000 m2 weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 1800 m2 auf. Der Laden hat einen Kaufpreis von 590.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.